Wie gut verstehen sich eigentlich Sarah und Pietro jetzt, wo er wieder zu haben ist? Mit Melissa hat es ja leider nicht geklappt und sie gehen nach nur zwei Dates wieder getrennte Wege. Allerdings muss man sagen, Sarah ist in festen Händen, also wird es nicht zwischen den beiden. Trotzdem interessieren sich immer sehr viele Leute dafür, was zwischen Pietro und Sarah läuft und ob es in Zukunft etwas werden könnte. Diesen Traum können wohl die wahren Fans der beiden einfach nicht loslassen. Und auch Pietro hat sich diesmal Zeit genommen, um über genau dieses Thema zu sprechen. Hier, schaut es euch an. Klar, natürlich ist es meine Frau. Was für eine Frage, das musst du doch wissen. Ein sehr informierter Supporter hier, der die Frage stellt. Und damit beenden wir auch die Fragerunde. Ole, ole, euer Pietro. Also ich würde sagen, dass wir auf gar keinen Fall beste Freunde sind, aber wir verstehen uns echt gut und halten, was unseren Kleinen betrifft, auch immer zu 1000% zusammen. Egal, wer, wo, wie, was sagt. Und so sollte es sein. Ole, ole. Würdet ihr euch wünschen, dass die beiden wieder zusammenkommen? Und wenn nein, warum nicht? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check the Celeb abonniert, um immer up to date zu bleiben. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr das Glöckchen aktiviert. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss.